Herzlich willkommen bei einem neuen Video von Lara Fahl-Arainers-Zufa. Und zwar, es hat einige E-Mails für euch gegeben, wo drin stand, du sagst mal Chris, wie spiele ich an der Paarflöte überhaupt die halben Töne? Kannst du mir das nicht nochmal ein bisschen erklären? Weil alles andere hat einigermaßen geklappt, aber die halben Töne, irgendwie klappt es nicht. Ich muss ehrlich sagen, ich habe lange gebraucht, bis ich dahinter gekommen bin. Wie gesagt, ich habe keinen Unterricht belegt. Ich war in keinen Unterrichtsstunden, weil Noten sind für mich einfach, ja, das muss nicht sein. Man muss, wenn ich ein Instrument spiele, soll es aus dem Herzen kommen, aus dem Gefühl, was ich gerade fühle, wie ich es fühle. Und nicht nach einer Note, wo ich hin, hier C, D, E, F, G und K. Das gibt es bei mir nicht. So, zum Thema, wie gesagt, halbe Töne, das ist ja kein Problem, weil jede Paarflöte, wo vorne abgerundet ist, auf beide Seiten, es gibt natürlich die klassischen 5, 6, 7 Röhren da, von dem Inner oder weiß ich was das ist, die sind natürlich gerade, da kannst du schlecht die halben spielen. Die ganz normalen Paarflöten, wo ihr heute kaufen könnt, habt natürlich die halben Töne. Wie das funktioniert, zeige ich euch in meinem kleinen Video. Und zwar, ihr spielt ganz normalen Ton und tut einfach die Paarflöte ein bisschen nach oben kippen. Bleibt mit dem Mund drauf. Es gibt keine Vorschrift in dem Sinn, gut, ein Lehrer würde was eigentlich sagen, hier gehst du auf 15% und keine Ahnung was, Kneigungswinkel und brauchst du nicht. Probier es aus, ist am besten, weil jeder Mund, jede Lippe ist ein bisschen anders da beim anderen. Kleiner bei dem, größer bei dem, aber wenn ihr mal den Trick draußen habt, ist es auch kein Thema. Deswegen üben, 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 wir probieren es jetzt mal und einfach einen ganz normalen Ton spielen. So, jetzt haltet ihr den Ton und kippt die Paarflöte leicht nach oben. Wie gesagt, es ist ganz einfach. Probieren wir es nochmal. Also ihr braucht die Palmfilter nicht 90 oder 45% hier nach oben zu halten, dann kommt kein Ton raus. Probiert es einfach mal, den Winkel für euch. Ich würde sagen, probieren, probieren, probieren. Wie bei allen meinen Videos, probiert es einfach mal. Und es wäre schön, nicht nur Kommentare und Bewertungen für euch positive zu kriegen, sondern wenn ihr auch mal ein eigenes Video rein stellt und sagt, Chris, hey, es hat zwar nicht gut geklappt, aber ich habe dir was aufgenommen. Das sind meine Anfänge, weil, wenn ihr mal meine Videos anguckt, von Anfang an, das hat auch nicht immer hundertprozentig geklappt. Ich würde heute viele Videos rausnehmen und ich sage, könnte ich heute noch besser. Für was auch, wir sind am Üben und das sind dann nur Fortschritte. Vielleicht irgendwann in zehn Jahren mache ich mal eine eigene CD oder fünf Jahre und mit eigenen Songs, mit eigenen Liedern. Aber wie gesagt, es würde mich sehr freuen, wenn ihr ein paar Videos reinstellen würdet und sagt, Chris oder Lara Fall oder keine Ahnung was, guckt mal auf meiner E-Mail-Seite oder auf meiner YouTube-Seite hier, so und so. Und das würde mich ganz, ganz richtig freuen. Ich wünsche euch noch schöne Weihnachten, genießt das frohe Fest, auch wenn es zwar draußen hier keinen Winter hat, aber man sieht sich bis demnächst. Bis dann, ciao!